Moin Piros, heute für euch im Test die Röder Royale Raketen von der Firma Röder Feuerwerk. Insgesamt 10 Raketen in der Packung mit einer NEM von jeweils 16 Gramm sind 5-fach sortiert mit den hier aufgeschriebenen Effekten. Aber ich würde sagen, das ist viel zu langweilig zum Lesen. Wir springen direkt in den Test. Viel Spaß! Jetzt die Röder Royale Raketen bei bestem Silvester. Wir fangen an mit der Red Star Crackling. Natürlich nur, wenn das Feuer mitwirft. Massiv Racheal Teile. Wir machen weiter mit der Purple Peony with Silver Glitter. Die Zerleger ist nichts einzuwenden. Diesen Preis. Jetzt die Brocket Crown Blue Peony. Wunderschöne Sterne. Wunderschöne Skull. So, die vierte ist die Blue Stars Silver Glitter. Und als grünen Abschluss machen wir die Brocade Crown. Also für den doppelten Preis würde ich die noch mitnehmen. So geil sind die Teile. Auf Wiedersehen!